So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsistderDicke. Wir waren letztens einkaufen, da habe ich was gesehen. Ich gucke nämlich immer, wenn ich so einkaufen bin, in die Regale, ob mich irgendwas rot anleuchtet. Und da war wirklich was zu sehen. Das sah interessant aus, habe ich gedacht. Das nehme ich mit. Gerade wenn es vergünstigt ist und das nicht schmeckt, ist es nicht schlimm. Dann war es ja nicht so teuer. Meistens werden sowieso Sachen vergünstigt, die keiner kauft, weil sie so speziell und eigen sind. Kennt ihr das? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe jetzt was entdeckt. Das sind diese zwei Pfropfer hier an Wosch. Und die möchte ich mir jetzt mal aufs Brötchen klatschen, nochmal probieren, wie das schmeckt. Das ist nämlich von der Firma Gmurek. Setzt der Wurst die Krone auf, steht hier. Das ist Zwiebelmettwurst, beziehungsweise steht hier Schinkenzwiebelmettwurst. Spitzenqualität für 1,60 Euro statt 2,29 Euro. Einfach so ein Haufen. Matsch in der Tüte. Es gibt ja auch für Kinder so Spielzeug, wo ihr so ein schleimiges Ding habt und könnt das immer so drücken. Und dann schiebt sich das hin und her. Das ist ungefähr genauso. Sieht aus wie das Spielzeug von Marie, was sie in so einer Folie immer so hin und her schieben kann. Das ist die Schinkenzwiebelmettwurst. Und das ist die Tex-Mex Zwiebelmettwurst. Also es ist beides Mettwurst mit Zwiebel. Hier aber mit Schinken und hier mit Tex-Mex. Jetzt habe ich keine Ahnung, was Tex-Mex da bedeutet. Aber auch 2,29 Euro reduziert auf 1,60 Euro. Sieht ein bisschen dunkler aus als das andere. Tate ist hier der große Zwiebelmettwurst-Test. Dafür hat Hubsi dann beim Bäcker zwei Brötchen mitgenommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich mag eigentlich keine Bäckerbrötchen, weil die meistens irgendwie so trocken sind und so wie Gummi. So richtig gummiartig und trocken. Ich mag lieber die an den Dingern da und so. Jetzt nehmen wir mal hier das Brötchen. Und wichtig ist erstmal, wir müssen das Brötchen aufmachen. Das heißt, wie ein richtiger Vater wir das Brötchen jetzt einfach an der Seite aufgezogen. Dass wir hier zwei Hälften haben, das machen wir mit dem zweiten Brötchen natürlich auch. Alternativ könnt ihr auch eine Schere nehmen. Ich habe schon Leute gesehen, die das Brötchen mit der Schere aufmachen. Das habe ich jetzt noch nicht probiert, glaube ich. Das ist ja Quatsch. So, jetzt haben wir das Brötchen auf. Zwei gleich große Enten. Das ist auch wichtig. Und wir suchen uns jetzt hier erstmal diese normale Packung Schinken, Zwiebel, Mett, Wurst. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier einfach aufziehen geht. Ansonsten habe ich hier auch ein Messer liegen, mit dem man auch hätte die Brötchen aufschneiden können. Aber wir haben das ja so gut hingekriegt. Das kriege ich, glaube ich, nicht so hin. Da muss wohl das Messer zum Einsatz kommen. Ich weiß nur noch nicht genau, wie. Ich schneide jetzt erstmal hier oben irgendwie so eine Kante rein, wenn ich es hinkriege. So, das klang erstmal gut. Jetzt können wir das aufziehen, beziehungsweise mit dem Messer versuchen wir mal irgendwie. Also es ist auch so kompliziert. Deswegen kauft das auch keiner. Da brauchst du ja schon fast eine Schere, um da irgendwie an die Wurst zu kommen. So, und wenn du das ganze Ding aufhast, dann finde ich das immer gut bei solchen Packungen. Manche tun sich da ja immer so ein Stück rauswühlen aufs Brötchen. Aber wir nehmen uns jetzt hier diese Tex-Mex-Wurst. Und die passt original auf dieses Brötchen drauf, weil das genauso lang ist wie das Brötchen. Da ist noch ein kleiner Rest drin. Den kann man ja mit dem Finger hier noch rauswühlen. Mal so probieren. Schinken, Zwiebel, Mettwurst. Das ist irgendwie sehr salzig und würzig und schleimig. Und ich glaube, viele Leute würden jetzt sagen, ist das eklig, so ein Fraß. Aber das erinnert mich, wenn ihr zum Fleischer geht und sagt, ich hätte gerne Mettbrötchen für unterwegs. Nur, dass es halt Zwiebel, Mettwurst ist, mit Schinken gemischt. Und das für 1,60 Euro. Und Brötchen dazu habt ihr vielleicht nochmal 20 bis 40 Cent. Für 2 Euro so ein schön belegtes, dickes, fettes Zwiebel, Mettwurst, Brötchen. Finde ich auf jeden Fall gut. Und ich beiße jetzt mal rein, schneide so lange das andere auf. Denn ich will das ja mal probieren mit Brötchen. Mhmm. Ja, wunderbar. Das riecht also nicht auf. Da brauche ich wieder mein Gesicht dazu. Ich muss kurz mal runterschlucken. Da steht übrigens auch der Unterschied drauf. Jetzt sehe ich das erst mal. Streichzart, Spitzenqualität, 95 Prozent Schweinefleisch bei beiden. Das hier aber noch mit mexikanischer Würzung. Ja, das ist ja festhalten. Hier irgendwie reinschneiden. Also ungewogen. So, jetzt ist hier oben ein Loch drin. Wir können jetzt hier wieder rein mit dem Messer, können das nach vorne irgendwie aufwühlen. So, schön durch die Mitte, durch schöne mexikanische Würzung, die da drin ist. Und wie bei dem anderen auch, nehmen wir euch jetzt einfach hier das Brötchen und können das im Ganzen jetzt einfach hier drauf fallen lassen, dass ihr eine schöne mexikanische Würzungszwiebel-Mett-Variante habt. Guckt euch das mal an, wie fleischig und schmierig und vor allem mit Jodsalz überseht. Das ist wirklich sehr salzig, muss ich sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier irgendwie spicy ist. Und da ist jetzt nichts in der Packung drin. Ich mache mir mal hier vom Rand ein bisschen was ab. Das andere habe ich ja auch erst so probiert. Ja, schmeckt nicht ganz so salzig wie das erste. Und hat im Gefühl eher eine Salz- und Pfeffermischung, dass es eine kleine leicht pfeffrige Note hat im Abgang zu dem ersten hin. Würde ich sogar sagen, dass mir das Tex-Mex erstmal gerade besser schmeckt, weil das andere halt so präsent mit dem Salz ist. Hier hast du das Salz nicht ganz so aufdringlich, aber irgendwie noch eine pfeffrige, pikante Note dabei. Beißen trotzdem jetzt mal hier rein. Guck dir das an. Das zum Frühstück. Also ich finde es auf jeden Fall gut für 1,60 Euro. Machst du nichts verkehrt. Zwei so komische, schlapprige Brötchen. Brötchen zum Essen ist auf jeden Fall satt. Ein Brötchen ist schon richtig wuchtig. Wenn ihr das auch so mögt, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out for out. Euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal. ts Vielen Dank.